Hallo zusammen, hier mal wieder ein neues Video von mir mit Master und diesmal ein Anfänger-Guide für Xera Survival. Ich möchte euch die Tipps und Tricks geben, die ich so rausfinden konnte und wir fangen direkt an mit den Einstellungen. Logischerweise, Sound ist in so einem Spiel immer wichtig, deshalb kann man hier den Ambiente-Sound komplett nach links drehen und man hat keinen Vogelgeswitcher und Störgeräusche in der Stadt mehr. Ähm, genauso würde ich Schatten niedrigschalten und Motion Pro aus, falls ihr das noch nicht hattet. Das zweite Wichtige hierbei ist, äh, Crouchen macht kein Sound. Wenn ihr also rennt oder normal geht im Spiel, hört man euch. Wenn ihr croucht, seid ihr komplett Stealth. Man hört gar nichts von euch. Das ist wichtig zu wissen, falls ihr mal jemanden backsteppen wollt. Dann, als nächstes, gehen wir mal in den Clover Stash und schauen uns die Items an. Ich kriege immer die Fragen zu hören, warum und wie die Items so aussehen. Man kann einfach drüber hoovern und da sieht man prozentual Damage und Gewicht. Das sind die zwei Werte, die immer wichtig sind, beziehungsweise Armor oder Protection und Gewicht. Das Spiel funktioniert so, jede Waffe macht einen bestimmten Prozentsatz an Schaden und benötigt eine bestimmte Anzahl an Gewicht. Genauso die Munition. Also immer, was ihr mit euch rumschleppt, das verbraucht Gewicht und nicht Inventarplatz. Und die Rucksäcke erhöhen euer Gewicht, das ihr mit euch rumschleppen könnt. Das ist jetzt hier die Military Backpack, 55 Kilo zusätzlich. Das ist, glaube ich, der Beste. Ich habe bis jetzt noch keinen besseren gefunden. Hier seht ihr die Heavy West. Das ist meiner Meinung nach die stärkste Weste. Die hat 18% Protection, wiegt aber auch 8 Kilo. Die meisten Leute, wie ihr, werdet wahrscheinlich mit der hier rumlaufen. Die Light Plated Armor, die hat immer noch 12% und auch nur 22 Kilo. Der meiner Meinung nach beste Helm, den ihr finden könnt, ist zwar der hier. Den findet man aber nicht so häufig. Hätte 30% Protection bei 3 Kilo. Ihr solltet oder werdet ganz viel oder häufig diesen Art von Helm finden mit dem Nachtsichtgerät. Der ist meiner Meinung nach der, den man immer mitnehmen sollte. Es gibt auch noch Helme, die kein Nachtsichtgerät haben, aber die haben auch eine geringere Protection. Ihr seht, die haben hier 25 bei 20. Und die haben nur 20% bei 4, aber immerhin. Die gibt es in verschiedenen Farben, da müsst ihr halt aufpassen, aber letztendlich ist das nicht so wichtig. Ich würde immer die ein bisschen mehr Protection mitnehmen, in dem Fall. Dann möchte ich euch noch anraten. Also die Axt ist bis jetzt die Nahkampfwaffe, die am meisten Schaden macht, die ich jetzt finden konnte. Ich gehe davon aus, dass der Baseballbet noch mehr Schaden macht, wenn man den mit den Nägeln sät. Aber ich habe das Crafting-Rezept dafür noch nicht, kann es also noch nicht bestätigen. Aber ein weiterer wichtiger Tipp ist, hebt euch die Crafting-Materials auf. Also nehmt Stoff und Alkohol zum Beispiel und wartet bis Level 4. Und zwar bis Ende Level 4, bis ihr das craftet. Alles in diesem Spiel gibt euch ja XP, auch das Croften. Das Croften gibt nicht wenig XP. Es ist ja so, dass man, wenn man im Spiel ist, verliert man auch XP, wenn man stirbt. Aber nur bis zur Levelgrenze. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Level 4 seid, könnt ihr nicht mehr auf Level 3 runterfallen. Aber wenn ihr kurz vor Level 5 seid, also Level 4 99% und sterbt, verliert ihr einen gewissen Anteil. Genau kann ich nicht sagen, wie viel das ist. Es war manchmal viel, manchmal wenig bei mir. Deshalb kann ich es nicht sagen. Ich bin auch oft gestorben. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Lootruns gemacht und einmal ne Kill-Session und hatte dann 6 Leute getötet. Also so gesehen ist das ganz nett. Wir gehen jetzt mal kurz auf den Server, während wir dann im Lorde-Screen sind. Nehmen wir mal einen Low-Pop-Server. Low-Pop-Server würde ich immer nehmen zum Farmen und die High-Pop-Server dann, um PvP zu machen. Ich möchte jetzt aber kurz auf die Gegnertypen eingehen, die es so gibt im Spiel. Da haben wir einmal das Modell Y. Der normale 0815-Roboter, den ihr ständig sehen wird, der auf euch zurennt und euch hauen will. Zwei Kopfschüsse und er ist tot. Man kann sie auch in die Beine schießen. Dann gehen sie sehr langsam und kann sie dann erledigen, wenn man möchte. Modell Z ist der etwas gelblichere Roboter, der explodiert, wenn er an euch drankommt oder ihr ihn tötet. Auch zwei Headshots und er ist tot. Explosionsradius ist nicht so weit, wie man glaubt, aber schon okay. Macht aber auch nicht so viel Schaden. Also muss man nicht so viel Angst haben, wenn man Armored ist. Generell zählt, wenn ihr Armor anhabt, ist eigentlich alles nicht so gefährlich. Genauso, wenn man Full- oder Heavy-Armor ist, dann sollte man dem Gegenüber, wenn der auch Full- oder Heavy-Armor ist, versuchen immer in den Kopf zu schießen. Das bringt den schnelleren Tod als auf den Körper. Dann gibt es das Modell X. Das ist der Human, äh, nennt sich der Human-Bot. Ich weiß nicht warum, aber das ist auf jeden Fall der Boss-Bot, den man auf dem Airfeed oder in der Militär-Basis finden kann. Braucht, also ich habe zwischen 30, 32 und 40 Schüsse Headshots, nur reine Headshots, gebraucht, um ihn zu legen. Droppt meistens sowas wie 10 Granaten, 10 Medikits oder 100 9mm Schuss. Lohnt sich eigentlich nicht, der Aufwand und ist urgefährlich, weil er schneller läuft als ihr und auch richtig doll zuhaut. Also mal aufpassen, dass man den nicht unbedingt arg ruht. Es soll noch ein Modell V geben, das ist sozusagen noch eine stärkere Version von dem anderen, aber den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen können. Auch derjenige, der ihn aufgelistet hat, hat ihn noch nicht gesehen. Weiß nicht, vielleicht kommt er später noch hinzu, ich kann ihn noch nicht bestätigen, aber es gibt auf jeden Fall Bilder dazu. Also ich schätze mal, wird er auch in Game sein. Wissen genau, wo und wie, tun wir aber noch nicht. So, das war jetzt erstmal den NPC-Gegner. Wie gesagt, die Bots findet ihr, also den Boss-Bot findet ihr in der Military-Vasis oder im Airport gegenüber den Safe-Zonen jeweils. Es fliegt ein Helikopter von den Safe-Zonen vom Norden hier Richtung Süden zu der hier und dann hier wieder einen Bogen zur nördlichen. Den könnt ihr einsteigen, wenn er gelandet ist und rausspringen, dann öffnet sich ein Fallschirm und ihr könnt sozusagen so ein bisschen better-royal-mäßig irgendwo runterspringen mit dem Fallschirm. Manchmal nicht von Nutzen, weil es sehr laut ist und man ist dann halt auch ein leichtes Target. Aber es ist natürlich sehr schön, um schnell irgendwo hinzukommen. Buggies gibt es, beziehungsweise es gibt so Quads. Die könnt ihr finden entweder an den Safe-Zones, da stehen die dann in der Mitte herum. In der Military-Basis hier im Norden habe ich mal eins gefunden, hier im Süden. Genauso im Airport, hier etwa in der Gegend war das, da habe ich eins gefunden. Sonst weiß ich nicht, wo sie sind. Wenn man eins hat, ist das super, weil man dann relativ schnell auf der Map unterwegs ist. Steuerung geht so. Man ist auch ein relativ leichtes Ziel, wenn man geradeaus fährt. Natürlich, wenn man schossen sollte, sollte man sich ein bisschen bewegen. Ihr seht eigentlich alles Wichtige auf der Map. Das XP-mäßig, Airdrops bringen mittelmäßiger XP, finde ich. Also eher schlecht als mittelmäßig. Töten und Looten an den High-Value-Spots ist natürlich super. Aber die meiste XP kommt bei den Compound-Events rum und die sehen wir leider nicht. Aber darum geht es auch. Da könnt ihr ultra gut looten gehen, um gutes Military-Loot zu bekommen, ohne Gefahr von anderen Spielen oder Bots. Weil da geht normalerweise keiner hin, habe ich festgestellt. Ein Compound ist etwa hier. Wenn ich mich jetzt gleich umdrehe, müsste ich den auch sehen. Wir sind ja gerade da. Der zweite ist hier oben beim Bunker. Und der dritte ist etwa hier. Ne, hier ist ungefähr hier, müsste das sein, in dem Gebiet. Also die drei Punkte, da kann man echt gut schnell looten. Schauen wir mal kurz, damit ich ingame auch zeige. Das ist natürlich jetzt lucky, dass wir da einen gefunden haben. Da sind dann immer, ist so eine kleine Mauer drum und da sind so zehn Zelte etwa. In den Zelten ist dann aber auch eigentlich ganz guter Loot und es sind keine Bots, solange kein Event da ist. Wenn ein Event da sein sollte, habt ihr dieses Zeichen einmal in weiß, dann ist noch kein Spieler da gewesen und hat es engaged. Wenn das Zeichen so wie hier in rot ist, ist aber schon ein Spieler da und hat die Bots gearquot. Das ist jetzt so ein Compound, wo wir ihn jetzt sehen. Der ist jetzt, da bin ich jetzt kurz hingelaufen und schauen wir uns jetzt mal kurz noch die Zelte an, damit wir sehen, was ich meine, wie der Loot ist. Wichtig dabei ist, auch wenn ihr eine Waffe nicht braucht oder nicht mitnehmen wollt, wie jetzt zum Beispiel die Pistole, die dennoch aufsammeln und droppen. Die Pistole hat, oder alle Waffen haben immer ein bisschen Munition dabei. Das heißt, ihr könnt die Munition rausziehen aus der Waffe, legt die Waffe wieder hin und ihr kriegt auch XP. Okay, hier haben wir jetzt wieder den Helm gefunden, das ist leider nur der etwas schlechter ohne Nachtsicht und hier haben wir die Nachtsichtperson, also nehmen wir den hier. Sonst, noch ein ganz wichtiger Tipp im Moment, wie man leider die Bots austricksen kann bzw. töten kann, ohne dass sie sich wehren. Hier geht es jetzt gerade nicht gut zu zeigen, aber werdet verstehen, was ich meine. Wenn man auf diese Höhe etwa kommt, springen kann, bei der Military Base und im Airport gibt es jeweils so Kisten, wo man so drauf springen kann, greifen die Bots einen nicht mehr an. Das heißt, normalerweise würden die in den Himmel springen, das haben sie, die können bis zum, ich glaube, dritten Stockwerk hochspringen und wieder landen und dann dennoch euch angreifen. Im Moment ist es aber so, dass sie auch Agro verlieren, wenn man etwa diese Höhe hat, sobald sie euch nicht mehr erreichen können, haben sie sofort Agro lost. Das sollte zwar nicht so sein, ist aber leider im Moment ein Bug und wird auch von vielen Spielern ausgenutzt. Es sei immer dahingestellt, ob ihr das machen wollt oder nicht, aber ihr solltet es zumindest wissen und auch verstehen, warum viele Leute immer Highground suchen, bevor sie euch angreifen. Also gerade Military Base laufen die Leute dann nur oben rum, weil dann auch keine Gefahr von den Bots besteht, die da um sie herum sind, weil sie die ja nicht agroen können. Das ist halt leider schade, ist im Moment aber ein Bug, ist ja noch Early Access und somit auch noch verkraftbar. So, das sollte es jetzt auch erstmal gewesen sein, was ich euch so mitteilen konnte. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp war dabei. Ich kann nochmal kurz zeigen, dass das Crouchen kein Geräusch macht, auch nicht für die Gegner, wohingegen das Laufen und Rennen ein Geräusch ist. Und ihr hört bei mir auch keine Hintergrundgeräusche, die sind nämlich deaktiviert. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp oder eine Anbesserung, dann könnt ihr gerne in die Comments hauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel und hoffen wir mal, dass der Entwickler jetzt hier raus was richtig Schöckes rausmachen kann. Bis dahin, ciao, ciao und einen schönen Tag noch.